Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wir haben uns vor einigen Monaten mal eine Inno3D iChill Frostbite 4090 angeschaut und die war überraschend gut. Das einzige was mir daran nicht so sehr gefallen hat war, dass die Karte null zu dem zusammengepasst hat, was Inno3D marketingtechnisch eigentlich transportieren wollte. Denn die wollten sagen, dass die Karte irgendwie ultra brutal sei und wie auch immer und die war eigentlich das komplette Gegenteil davon. Die Performance war wirklich gut, Spulenfiepen war eigentlich nicht vorhanden, die Karte war sehr sehr klein, was wieder gegen dieses Brutale so ein bisschen spricht und generell war die Karte einfach sehr unauffällig und hatte zusätzlich noch ein Power Limit, das auf 450 Watt limitiert war, was auch gegen eine außergewöhnliche Karte von der Leistung spricht. Dieses ganze Feedback hat man sich bei Inno3D zu Herzen genommen und jetzt gibt es die Inno3D 4090 iChill Frostbite in der Ultra-Version, die haben wir hier auf dem Tisch. Die soll weitere Möglichkeiten beim Power Limit haben, ist ein bisschen anders beim Kühler, vielleicht auch bei der Platine, das weiß ich noch nicht, das werden wir ausfinden, wenn wir die Karte aufmachen. Die schauen wir uns im heutigen Video an. Hetzner ist ein führender Hosting Provider und Rechenzentrumsbetreiber in Europa mit mehreren hunderttausenden von Servern im Betrieb. Durch die Kombination von innovativer Technologie, attraktiven Preisen, kompetentem Support und flexiblem Kundenservice hat Hetzner seinen Markt innerhalb und außerhalb Europas ausbauen können. Sie betreiben eigene Hightech-Rechenzentren in Nürnberg, Falkenstein und in Helsinki, Finnland. Hetzner bietet nicht nur hochleistungsfähige Cloud-Server zu einem erstaunlichen Preis, sondern auch leistungsstarke, dedizierte Server, die allen Projekten standhalten können. Neben diesen Produkten könnt ihr auch qualitativ hochwertige Storage-Produkte und viele weitere Services in Anspruch nehmen. Klickt auf den Link in der Beschreibung, um euch die komplette Produktpalette von Hetzner anzuschauen. Grundsätzlich, bevor wir gleich starten uns die Leistung und das Verhalten usw. von der Karte anschauen, möchte ich kurz was zu dieser Karte generell sagen, warum ich die eigentlich relativ interessant finde, denn auch die normale Agile Frostbite kostet aktuell ca. 1780 Euro, wenn ich es richtig gesehen habe, was verglichen mit einer normalen 4090, die fangen so bei 1600, 1650 Euro, als wassergekühlte Karte eigentlich ziemlich interessant ist. Also wenn man sich eine wassergekühlte Karte gönnen möchte, ihr habt vielleicht ein Vakü-System, dann kann es günstiger sein, sich so eine Karte zu kaufen, als eine normale Karte zu kaufen und dann selber einen Wasserkühler draufzubauen. Plus, dass diese Karte natürlich komplett von der Garantie gedeckt ist. Ich weiß leider nicht genau, was die Ultra-Version kostet. Man wollte sich da jetzt vorab nicht komplett festlegen, aber die schätzen ca. 50 bis 60 Euro teurer als die normale Version. Und so gesehen könnte das auf jeden Fall eine interessante Geschichte sein, wenn man sich eine wassergekühlte 4090 gönnen möchte. Die normale Agile Frostbite vom letzten Video habe ich leider nicht mehr da für einen direkten Vergleich. Das wäre natürlich cool gewesen, die habe ich aber zurückgeschickt zur Inno 3D. Ansonsten rein optisch jetzt erstmal. Wir haben wieder einen Alphacool-Kühler, der optisch erstmal einen sehr, sehr guten Eindruck macht. Also generell einfach Verarbeitungsqualität, wie hier der Kupferblock gefräst wird. Und man muss auch einfach sagen, der Kupferblock ist einfach extrem massiv. Also generell die Karte ist auch relativ schwer. Ich habe es jetzt nicht gewogen, aber würde auf jeden Fall schätzen weit über 2 Kilo. Kann ich nachher noch wiegen und dann wissen wir das genauer. Aber ansonsten, wir haben eine massive Kupferplatte unten dran. Das sieht man hier. Ich schätze mal mindestens 11-12 Millimeter dick als Grundplatte, was für einen Grafikkartenkühler schon wirklich fett ist. Und dann oben drüber eine schön gefertigte Acrylplatte, hier mit auch schönen Schrauben verschraubt. Unten dran haben wir einen RGB-Strip. Den könnte man meiner Meinung nach vielleicht noch abdecken mit einem Blech drüber. Das macht es dann nochmal ein bisschen mehr Premium. Aber ansonsten, wirklich schön gemachter Kühlkörper. Verglichen mit der vorherigen Version hat sich auf jeden Fall das Terminal geändert. Das war vorher auch ein, ich glaube Acryl- oder zumindest mal Kunststoff-Terminal. Das ist jetzt zumindest mal, hier oben die Abdeckung sollte Alu sein, aber innen drin, das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, Messing, vernickelt und auf jeden Fall nochmal ein gutes Stück hochwertiger als das, was wir vorher gesehen haben. Ansonsten scheint die Karte auch minimal länger geworden zu sein. Also das, was hier hinten dran ist, wo das IG-Logo zu sehen ist, das war bei der alten Karte auf jeden Fall nicht dran. Also das ist die Karte, würde ich mal sagen, so gute drei bis vier Zentimeter länger geworden. Die Backplate ist ein Stück schlichter geworden, da war vorher so ein Druck drauf, das ist jetzt nicht mehr da. Wir haben jetzt aber hier dafür dieses Alpha Cool X, ich glaube das ist dann wahrscheinlich das Frostbite Logo. Also das hat sich grundlegend von der Optik hinten geändert. Man muss auch sagen, dass die Backplate wirklich, wirklich hoch ist. Wenn man von der Seite reinschaut, sieht man auch, da sind auf jeden Fall relativ dicke Wärmeleitpads drunter. Das werden wir uns auch mal anschauen. Ich habe auch schon gesehen, wenn ich mal Wireview anschließen möchte, dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr eng, weil die Backplate tatsächlich sehr hoch ist. Was mir aber auch gerade schon aufgefallen ist, die Karte ist vielleicht gar nicht länger geworden. Vielleicht ist es auch einfach direkt die gleiche Platine. Man sieht, dass der Kühler länger geworden ist, aus welchen Gründen auch immer. Aber ansonsten ist es vielleicht sogar die gleiche Karte wie vorher. Ich denke mal, der Grund, warum der Kühler länger geworden ist als die Platine, ist einfach, damit man dieses IGEL Logo hier noch mit drauf packen konnte. Das einzige, wo man gegebenenfalls aufpassen muss, ist, wenn man ein Board hat wie hier, wo der PC-Express-Lot ganz oben sitzt, da ist die Backplate schon relativ dick und liegt dann hier unten an dem Port hier an. Bei den meisten High-End-Boards ist es ja nicht der Fall, da seid ihr eine Position weiter unten, da ist es weniger schlimm. Das ist ja bei den dicken EK Backplates auch so. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, das ist schon sehr knapp hier auf jeden Fall. Ansonsten habe ich die Karte übrigens gewogen und die wiegt tatsächlich knapp über zwei Kilogramm. Der Kühler ist jetzt voll, wie ihr sehen könnt. Es sieht sehr, sehr schön aus. Die Beleuchtung, wie beim letzten Mal, gefällt mir optisch sehr, sehr gut. Und ihr seht, es ist ein vertikaler Aufbau. Und dazu möchte ich ein bisschen was sagen, weil ich sehe da das eine oder andere Problem. Denn ich hatte das gerade schon mal laufen und meine D5-Pumpe läuft normalerweise mit 30 Prozent Geschwindigkeit, damit ihr eben nicht so laut ist. Ich habe jetzt auf 50 Prozent schon hochgestellt, was normalerweise was ist, was ich nicht machen würde, weil es dann deutlich erhörbar ist für mich. Aber ihr seht, hier links oben, also wir können erst mal anfangen über generell den Wasserfluss so ein bisschen zu sprechen, dann ist das einfacher zu verstehen. Das Wasser läuft hier rein in den Block und teilt sich dann nach links und rechts auf. Kann auch hier direkt raus und hier wieder zurück fließen. Andererseits kann das Wasser hier durch fließen, hier unten durch und hier noch irgendwelche Sachen mit kühlen. Hier rechts ist ein Bereich für die Spannungswandler und hier links ist ein Bereich für die Spannungswandler. Und ihr seht, da links, da läuft aktuell gar kein Wasser durch. Also wir können da mal ein Take einblenden mit 30 Prozent Pumpengeschwindigkeit. Da war das Wasser ein bisschen niedriger. Jetzt hat die Pumpe minimal mehr Power, 50 Prozent und das ist jetzt hier oben. Es läuft aber, soweit ich sehen kann, immer noch nichts durch. Und das ist wahrscheinlich dem geschuldet. Wie gesagt, eine relativ niedrige Pumpengeschwindigkeit und den vertikalen Aufbau. Aber es ist ja ein, ich sag mal, ein realistisches Szenario. Denn ihr könntet ja in eurem normalen PC auch einen vertikalen Aufbau haben und ich bin mir ziemlich sicher, dass keiner sich eine D5 mit 100 Prozent Pumpengeschwindigkeit antun möchte. Und das ist natürlich nicht ideal. Und das ist aus meiner Sicht natürlich hauptsächlich dem Blockdesign geschuldet, weil das Wasser hier viele Wege hat, wie das Wasser gehen kann, ohne gezwungen zu sein, überall wirklich durchzulaufen. Zu dieser ganzen Durchflussthematik. Ich blende euch da mal was ein vom letzten Video. Da war die Pumpengeschwindigkeit, muss man auch dazu sagen, bei 100 Prozent. Ich habe die mittlerweile nicht mehr bei 100 Prozent laufen, weil es mich einfach nervt, akustisch. Und ich denke, wie gesagt, dass es nicht realistisch ist. Und jetzt sieht man eben, dass wenn man das nicht auf 100 Prozent, sondern auf 50 Prozent laufen hat, dass hier in dem Bereich einfach gar nichts durchfließt. Und finde ich nicht gut. Ich werde checken, ob das ein Problem für die Spannungswanderer ist, temperaturtechnisch. Ich glaube nicht, weil Kupfer leitet ja die Wärme wirklich, wirklich gut. Und dementsprechend, selbst wenn es nicht direkt da drüber läuft, wird es hier durch den anderen Bereich sicherlich auch ausreichend gekühlt werden, dass die thermisch kein Problem haben werden. Trotzdem muss ich dazu sagen, das ist ja schon über ein halbes Jahr her, als wir das andere Video gemacht haben. Und wenn die sowieso schon den Kühler ändern, ich habe es beim letzten Mal schon bemängelt, da hätten die sich das auch anschauen können und dann merken, jo, das ist jetzt durchflusstechnisch vielleicht nicht die smarteste Art, wie das hier mit den Kanälen gelöst ist. Und das hätte man aus meiner Sicht ändern sollen. Einfach, weil es besser machbar ist. Ich sehe nicht, warum das hier gemacht ist mit diesem, dass es in zwei Wege aufgesplittet ist. Ergibt für mich relativ wenig Sinn tatsächlich. Aber das werden wir dann nachher nochmal testen. Ich will mir jetzt erstmal anschauen, wie ist die Performance. Ich muss das BIOS noch flashen. Und generell schauen, wie sind die Temperaturen, bevor ich jetzt irgendwas auseinanderschraube. Weil den Ausgangszustand haben wir ja nur ein einziges Mal. Als erstes ordnen wir die Performance mit Times Square Extreme GT1 ein. Und hier sehen wir ca. 126,7 FPS. Das ist ein leichtes Plus gegenüber der Standardversion. Der iChill Frostbite, da hatten wir 126 FPS. Die Taktrate, die wir im GT1 hatten, war 2820 MHz, was im Prinzip auch dem der Standardversion entspricht. Dementsprechend ist auch nicht mehr an Performance zu erwarten. Das liegt aber auch daran, weil die Karte standardmäßig gar nicht im Power Target läuft. Wie ihr sehen könnt, sind wir hier gerade mal zwischen 400 und 420 Watt. Und die Karte kann sich jetzt eben statt 450 500 Watt genehmigen standardmäßig. Aber das kann die hier in diesem Benchmark gar nicht ausnutzen. Zum Übertakten der Grafikkarte, um das auch ausnutzen zu können. Da können wir auch erstmal hier sehen, wir können hier das Power Target auf plus 20% stellen. Und damit auf jeden Fall mehr aus der Karte rausholen. Ich verwende jetzt auch das erste Mal in meinem Leben das Inno 3D Tune It Tool. Habe ich noch nie verwendet. Was ich auf jeden Fall hier schon mal bemängeln würde, ist, dass das Einstellen von der Taktrate ein bisschen komisch ist. Also der liest jetzt tatsächlich die effektive Taktrate aus, die hier anliegt. Also ihr seht, wir haben 210 MHz, weil wir gerade im Windows Idle sind. Der macht nichts. Stromsparmodus passt auch alles. Wenn ich das jetzt hier verstelle, ich sage es dann, keine Ahnung, gönn dir mal vielleicht plus 140 MHz. Und man stellt es hier ein, dann geht er halt wieder runter auf die 210. Das heißt, das, was man einstellt und das, was hier ausgelesen wird, ist irgendwie vermixt. Also man müsste hier einmal haben, was wird aktuell ausgelesen und was möchte ich einstellen. Das ist hier ein bisschen vermixt. Das könnte man ein bisschen einfacher gestalten. Und hier zahlt sich jetzt das offene Power Limit aus. Wenn wir einfach mal in GPU-Z schauen, dann sehen wir, dass in dem übertakteten Zustand sich die Karte hier, je nach Szenario, auf jeden Fall über 450 Watt gönnt. Dadurch ist es möglich, die Karte auf über 3000 MHz auf dem Core zu übertakten und über 1500 MHz auf dem Rahmen. Was wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis ist und aus meiner Erfahrung auch über dem Durchschnitt liegt. Und dadurch haben wir hier knapp 135 FPS, was auch die schnellste 4090 ist, die ich bisher persönlich hatte. Also die sich standardmäßig ohne Modifikationen übertakten ließ. Das Höchste, was ich davor hatte, war meine AORUS Master. Da war ich bei etwas über 131 FPS. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Ergebnis, was die Performance betrifft. Ich habe die Karte, wie ihr sehen könnt, mittlerweile aufgemacht, habe die Backplate entfernt und habe hinten, hinter den Spannungswandlerpositionen, da zwei kleine Temperaturfühler angebracht, links und rechts. Da haben wir ja gute Vergleichswerte dann. Ich packe jetzt die Backplate wieder drauf und dann schauen wir uns an, wie die Temperaturen von der Platine auf der Rückseite unter Last sind. Weil das ist sehr, sehr nah dran von dem, was die Komponenten auf der Vorderseite haben. Also messen wir auf der Rückseite zum Beispiel 50 Grad, dann wird es auf der Vorderseite vielleicht 55 oder 60 haben. Und dann kriegt man gut raus, ob das soweit passt oder ob wir hier gegebenenfalls ein Problem haben. Da ich die Karte im ausgebauten Zustand logischerweise auch ein bisschen bewegt habe, war auch der Bereich hier zwischendurch mal nass. Weil es hätte auch sein können, dass man einfach ein bisschen die Oberflächenspannung brechen muss und dass es dann vielleicht darüber fließt. Jetzt sieht es so aus, als hätte es das Wasser fast geschafft. Aber wie man sehen kann, durch den Bereich fließt nach wie vor nichts. Und ich habe das jetzt unter Last. Der obere Wert ist das linke, also da, wo wir das Problem haben. Und der untere Wert ist das rechte. Und aktuell sieht es schon mal sehr gut aus. Ich lasse das jetzt mal eine halbe Stunde laufen und dann schauen wir uns an, was dabei rauskommt. Und wie ihr sehen könnt, die Temperaturen sind jetzt natürlich mittlerweile ein bisschen gestiegen. Aber der Unterschied zwischen beiden ist eigentlich nicht vorhanden. Also das passt auf jeden Fall. Links und rechts würde ich sagen, identische Temperatur. Ist also immer wieder interessant, wie man dann denkt, jo, da läuft gar kein Wasser durch. Das ist echt ein Problem. Da will ich nicht sagen, habe ich mich auch täuschen lassen, weil ich natürlich immer noch denke, das könnte man verbessern. Aber man sieht einfach in der Praxis, macht es überhaupt keinen Unterschied. Es spielt gar keine Rolle, ob da jetzt das Wasser durchläuft oder nicht. Zusätzlich zum 3D-Mark habe ich noch einen 4K-Benchmark in Battlefield 2042 gemacht, um die Frostbite Ultra mit der vorherigen Frostbite und auch der Nvidia Founders Edition zu vergleichen. Verglichen mit der Founders Edition sieht man direkt, dass die wassergekühlten Karten minimal weniger Leistung aufnehmen und auch etwas besser performen. Das kann zum einen an der besseren Kühlung liegen, aber auch an dem unterschiedlichen Boost-Verhalten der individuellen GPUs. Also heißt nicht unbedingt was. Die Frostbite Ultra unterscheidet sich im Gaming eigentlich gar nicht gegenüber der alten Version. Mit Overclocking sehen wir allerdings bei dieser Karte einen guten Zuwachs in der Performance von etwa 10% mehr Leistung. Allerdings auch auf Kosten von 15% höherer Leistungsaufnahme. Wie ihr sehen könnt, habe ich den Kühler mittlerweile demontiert, um einfach zu checken, ob sich noch was anderes bei dieser Karte geändert hat bis auf die Kleinigkeiten am Kühler. Und tatsächlich ist das so. Denn wir haben hier links und auch rechts eine volle Reihe an bestückten Spannungswandlern. Bei dem bisherigen oder vorherigen Design, bei der normalen Frostbite, da waren hier 8 Spannungswandlern bzw. 8 Phasen weniger drauf. Das heißt 8 mal hier die Power Stages, Kondensatoren, Spulen und dementsprechend wird hier die Last auf insgesamt 8 Phasen mehr verteilt. Was natürlich dazu auch führt, dass die Spannungswandlern generell weniger belastet werden. Theoretisch ist es beim Overclocking besser. In der Praxis merkt man da heutzutage kaum noch einen Unterschied, aber das wird sich auf jeden Fall positiv auf die Temperaturen der Spannungswandler und dementsprechend auch oft auf die Lebensdauer auswirken können. Das ist auf jeden Fall der Hauptunterschied bei der Platine. Wärmeleitpaste und auch die Pads außenrum sahen soweit erstmal gut aus. Die Pads auf jeden Fall eine gute Qualität. Also das sind Pads, die auch eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit haben. Auch Paste sah gut aus vom Bild, wie es aufgetragen war. Und das bestätigt natürlich auch nur die guten Temperaturen, die wir unter Last gesehen haben. Was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, dass mir aufgefallen ist, dass bei dieser Karte extrem geringes Spulen-Feeden vorhanden ist. So wenig, dass ich das mit dem Mikrofon, selbst als ich es nachhin gehalten habe, das für euch nicht aufzeichnen konnte. Man hat es wirklich nur in gewissem Szenario ein bisschen hören können, irgendwo im Spielemenü. Das war nochmal besser als mit der bisherigen Variante, die auch schon ziemlich gut war. Das ist vielleicht auch noch ein Effekt der anderen Konfigurationen von den Spannungswandlern. Und das ist für mich persönlich auch immer ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Gerade bei wassergekühlten Systemen, die tendenziell leise sind, da fällt das Spulen-Feeden oft mehr auf. Also so gesehen eigentlich durchweg eine sehr, sehr gute Karte. Performance-technisch sehr gut, auch von den Temperaturen wirklich sehr, sehr gut. Das Einzige, was ihr, wie gesagt, bedenken müsst, ist, wenn ihr das im oberen PC-Express-Slot verwenden würdet, müsst ihr schauen, ob ihr genug Platz habt, weil die Backplate einfach relativ dick ist. Das Einzige, was man nach wie vor ein bisschen bemängeln muss, und das ist wirklich nur, ich will jetzt nicht sagen subjektiv, weil natürlich macht es schon einen Unterschied, ob das Wasser da durchläuft oder nicht. Aber halt auch nur in der Theorie, wie man gesehen hat, denn die Temperaturen waren top. 46 Grad Spannungswandertemperatur, das ist so weit weg davon, dass das ein Problem wäre. Wir haben ja nicht mal einen Unterschied messen können, wo Wasser war und wo kein Wasser war. Deswegen möchte ich das nur so teilweise bemängeln, weil der Block wurde überarbeitet, wie man sehen konnte. Also der ist ja länger, das heißt, es wurde definitiv was gemacht. Dementsprechend könnte man natürlich auch sagen, jo, das könntet ihr auch mal noch verbessern, beziehungsweise hättet ihr auch schon verbessern können. Wir hatten das schon bemängelt, ihr habt am Block gearbeitet, hätte man noch besser machen können. Aber das ist auch wirklich so das Letzte, was ich an dieser Karte so ein bisschen auszusetzen hätte. Ansonsten aus meiner Sicht die Inno 3D Frostbite iChill Ultra. Sehr, sehr gelungene Karte, könnte definitiv interessant sein, falls ihr eine fertig wassergekühlte Karte haben wollt, für euer Wasserkühlungssystem, gerade mit Garantie und so weiter. Es gibt die sogar noch in der Pro-Variante, die ich leider nicht habe, aber die ich auch gesehen habe. Da ist es hier mit einem Carbon-Cover. Die Karte ist dünner und die Anschlüsse sind hinten. Die finde ich persönlich sogar noch interessanter, könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, macht's gut, bis dahin. Ciao.